hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gta san andreas video ich hatte in der letzten folge um santa maria beach gespeichert und ich habe mir inzwischen gedanken gemacht und ja ich werde jetzt dieses mädel in red country kennenlernen und werde dann die dates die ich mit ihr mache sozusagen kombinieren wie es in den letzten videos auch gemacht habe dass ich sage okay ich gehe mit der aus speichere und hänge dann noch eine hauptmission hinten dran gut dann wollen wir mal gucken ob die denn jetzt gerade überhaupt noch da ist oder ob die nur zu gewissen zeiten da ist das weiß ich jetzt nicht gucken wir mal er hat immer die karre rutscht aber auch schnell ja sie ist da dann gehen wir sie doch mal ansprechen los nämlich ich hasse sie jetzt schon ich darf nicht zu muskulös sein ich finde mich gut so weißt du ja gut dann hat sich damit mein ganzer plan verworfen wie es eigentlich machen wollte aber ich werde jetzt nicht als über kopf versuchen meine hart an trainierten muskeln wieder abzubauen das mache ich nicht hier ist ein schießstand aber den mache ich dann ein anderes mal gerade erst noch mal gucken hier gibt es gewehre ach so was man weiß da nicht wann man sie mal braucht war an ihm erst mal 20 ich weiß nicht wie die waffe funzt ob die mir gefällt schutz was habe ich noch wurf waffen gibt es auch rucksack bomben ja ich will zurück will zurück zur abgesägten smg pistolen brauche ich nicht gut dann würde ich sagen fahren wir mal zum ersten rennen ist echt ärgerlich ich hätte ja gerne kennengelernt aber wenn sie nicht will muss man das auf ein andermal verschieben aber wie gesagt das wäre halt alles doppelte arbeit hin und her wenn vielleicht noch eine ein zweites mädel was man kennenlernen will oder kann und die sagt dann auch ja hast du viel muskeln drauf dann kann man da ja mal drüber reden dann lohnt sich das vielleicht schon aber der story verlauf ist ja noch ein bisschen und dann muss das jetzt nicht gleich sofort sein wooooow wooooooow hey I've been waitin forever man what do you mean sorry I had no idea when the race would be Right, you just happen to show up five minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your van like the burning passion, you know when it's time to rage. I think you're getting high on that country air, man. Damn, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where you from, friend? I'm from Grove Street Family. Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But, you know, you gotta be careful. Wootsie movie. But my friends call me Wootsie. How are you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slams. Race for choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Fahrzeugpapiere zu gewinnen wäre natürlich auch cool, boah. Die Frage ist, kann man die Karte gebrauchen, die man gewinnt? Oder verliert man seine eigene? Oh, es geht los. Hey, ich dachte, ich hätte die Wahl. Oh, nee, ich sehe nichts. Oh, fuck. Mal schnell an die Spitze. Dann können die mir nicht die Sicht versperren. Oh, ich fühle mich so richtig zu Hause in GTA. Also, es klingt echt bescheuert, ja. Aber, sorry. Ähm, dieses Nostalgiegefühl, wie damals, ist halt einfach unbeschreiblich. Und komisch, dass ich das jetzt nochmal habe. Also, ich habe so viel Spaß in dem Spiel. Ich finde es halt schade, dass ich das jetzt, sag ich mal, erst seit so vielen Jahren nochmal entdeckt für mich habe. Ähm, aber ja, besser spät als nie, boah. Okay, hier lang. Ach ja, Nitro. Machen wir. Oh! Wenn man mal übertreiben will, wa? Dann stellt man plötzlich fest, da geht es ja gar nicht lang. Oh, das war riskant. Geil, ey. Oh, ich dachte echt, ich bleibe da oben hängen. Oh, das ist aber ein recht langes Rennen. Was sucht der denn hier? Oh, das war knapp. Aber ich habe dem Zentorno das Standard-Handling von dem Infernus gelassen. Ähm, mir gefällt das vom Infernus eigentlich ganz gut. Also habe ich nichts daran verändert. Nicht, dass ihr denkt, der hätte mehr Leistung oder so. Ist genauso schnell wie der Infernus. Sieht nur ein Ticken besser aus, finde ich. Wow. Wow. Das lief doch gut. 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 Weil, für eine Art von der Polizei, die Lokal nicht apprecie unseren nobelen Sport. Ja, danke für das Anwes. Okay, ich muss gehen. Uh, du weißt, was? Wenn du dich in San Fierro findest, gib mir ein Telefon. Vielleicht kannst du ein bisschen Business zusammen. Ja, ich könnte einfach so. Ja, geil. Ist doch nice. Dann kann man hier vorne ja, sag ich mal, mit der nächsten Mission dann weitermachen. Fahren wir mal eben. Speichern. Oh, ho, ho. Lol. Krass, ey. Habe ich auch nochmal Schwein gehabt, ey. Geiler Stunt. Mega. Das habe ich nicht kaum gesehen. Ich dachte, ich lande jetzt voll auf dem Gelände. Vor an der Fleischbergfabrik. Oh. Falsch abgebogen. Aber ich will ja auch nur kurz reinspeichern. Und dann werde ich gleich, ähm, für morgen die nächste Folge aufnehmen. Jawohl. Und um 7 Uhr wird dann logischerweise die nächste Folge erscheinen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann würde ich mich auch über ein Abo nochmal freuen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, wenn ihr benachrichtigt werden wollt. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Euer Psykult. Ciao. Ciao.